Jasmin Britney führte lange Zeit ein überwiegend glückliches Leben, bis zu einem schicksalhaften Tag, an welchem sie einen tödlichen Unfall nur knapp überlebte. Sie wurde von einem Taxi angefahren, schleuderte ganze 23 Meter durch die Luft und zog sich einen Halswirbelbruch zu. Alles nur, weil der Taxifahrer während der Fahrt von einer Handynachricht abgelenkt war. Nun ist sie mittlerweile 26 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Auch wenn nichts mehr ist, wie es einmal war, macht Jasmin das Beste aus der Situation. Sie hat eine neue Leidenschaft gefunden, sie möchte aussehen wie Barbie oder Britney Spears und das schafft sie unfassbar gut. Ich gehe nie aus dem Haus ohne den perfekten Barbie-Look und High Heels, auch wenn ich nicht mal laufen kann. Sie nimmt diese Leidenschaft unfassbar ernst und das hat sie mittlerweile über 13.000 Euro gekostet. Laut eigenen Aussagen würde sie es wieder tun. Euro gekostet. Euro gekostet. Euro gekostet. Euro gekostet. Euro gekostet. Euro gekostet.